Musik Hallo und recht herzlich willkommen zum neuen Projekt und zwar im LS22 Alpin Landwirtschaftsprojekt. Allerdings bin ich diesmal nicht alleine und wir sind auf der wunderschönen Map Eingrad gemeinsam mit dem ProDAX. Ja, grüß Sie und so, würde ich sagen. Ja, schickes Outfit. Die Schüche gefallen mir, Bruni. Ja, schön, schön, gleichfalls. Auch deine Stiefel und so. Die sehen richtig cool aus. Ja, ist auf jeden Fall ein Multiplayer-Projekt. Es wird lustig, es wird verrückt. Es wird halt, ja, atemberaubend. Wie ihr schon seht, wir sind auf der wunderschönen Map Eingrad unterwegs. Kurz mal so ein bisschen zum Setup. Wir starten mit 650K. Werfen mal kurz einen Blick hier auf die ganzen Geschichten. Der ProDAX hat auf jeden Fall auch einen schicken Hof gebaut. Den können wir euch gerne nochmal verlinken. Den gibt es bei dir auf dem Discord-Poli, ne? Genau, der gibt es zu download, ja. Genau, bei ProDAX einfach auf dem Discord-Join. Link zum ProDAX-Kanal, natürlich auch umgekehrt zu meinem, findet ihr mal in der Videobeschreibung. Mod-Liste wird es auch geben. Und, ja, vier Folgen die Woche wird es immer geben. Immer montags, mittwochs, freitags und auch sonntags um 19 Uhr. Werden wir versuchen, das Ganze mal hochzuladen. Und werden uns hier so ein bisschen quasi austoben auf der Map. Es gibt einige Produktionen, ne? Wir werden auch so ein bisschen darauf achten, dass wir halt Fahrzeuge nehmen, die so ein bisschen auch zur Region passen. Auch mal vielleicht ein paar Fahrzeuge, die wir noch nicht hatten, ne? Genau, das heißt, wir werden nicht mit Panzern herumfahren, eher mit kleinen Traktoren. Das ist das. Und definitiv werden wir sehr viel Spaß daran haben. Genau. Und falls das noch irgendwelche Produktion fällt, kann sein, dass es verlässlich statt, ich wollte gerade sagen, Erlangen, statt Erlengrad vielleicht auch oder dort uns erhöht und irgendeine Produktion vielleicht auch oder dort noch hinterzieht. Ja, mal gucken, ne? Wir haben jetzt nicht so viele Produktionen auf der Map. Ist jetzt nicht schlimm. Wir starten mit 650.000. Wir haben ein Startfahrzeug, da kommen wir gleich dazu. Ansonsten haben wir einen Hof, der vorgefertigt ist. Wir haben auch noch zwei Felder, Feld 12 und Feld 23. Wir befinden uns im Juni, wir spielen mit Seasons einen Tag und haben halt alles auf Realismus getrimmt, Podi, ne? Ja, das heißt, da bin ich gespannt, wie ich da zurechtkomme. Hashtag Profis. Weil ein bisschen alt und so, ein bisschen alt und so, das ist nicht so ganz einfach. Man sieht ja schon beim Hummer, das heißt, wenn man mich anguckt, ich bin schon richtig grau geworden. Ja, die Frisur sitzt. Ja, dreiwettertaft, ne? So, lass uns mal zum Hof fahren. Das heißt, wir werden hier oben vom Hotel einfach losfahren. Wir haben uns ein paar schicke Porsche hier gegönnt. Porsche Junior Diesel. Wir dachten, wir legen mal mit richtig viel Geschwindigkeit los. Oh ja, definitiv. Und ein Porsche auf dem Hof ist immer Quorter. Genau, Podi hat gesagt, der kennt sich aus hier, ne? Der kommt ja auch eher aus, äh, aus ländlicheren oder hier alpiner Regionen. Und der fährt vor und, äh, da fahren wir einfach mal hinterher. Ich hab gedacht, du fährst vor und so. Ne, du fährst. Weil, weil Hashtag, ich kenn mich hier auf dieser Map nicht aus. Auf jeden Fall. Ja, so ist das. Ja, mittlerweile ist ja auch der Patch erschienen, ne? Einige coole Sachen sind mit dazugekommen. Neue Fahrzeuge sind mit dazugekommen. Und auch viele Fehler wurden hier oben. Ähm, ja, wir werden mal gucken, dass wir uns hier so ein bisschen durchschlängeln. Und das Ganze ohne Kredit. Ansonsten hilft Podi mit seinem, mit seinem Portemonnaie ein bisschen aus. Aber, ja. Genau, genau. Ich hab da Beziehungen bei der Bank und so, das ist alles kein Thema. Ja, ja. Also, bergab fährt ja hoch. Aber wo wir hier hochgefahren sind, ich glaub, 5 kmh, ne? Ja, bergab geht's immer ganz schnell. Ja, ja, ja. Da musst du nicht einmal bremsen, da greift die Bremse gar nicht bis nach unten. Ja, ja. Aber Ausblick hier richtig schön. Ja, ist richtig geil gemacht, ne? Mhm. Sehr schön. Ja, vor allem immer, die Map passt hier relativ ganz gut, weil es halt, die anderen zwei sind eher flach gehalten und da hast du wirklich mal ganz gute Abwechslung dazu. Das stimmt, ne? Er geht halt rauf, runter und wir müssen auf jeden Fall auch gucken, dass wir halt, ja, wir werden auch eher mit kleineren Geräten hier unterwegs sein. Ähm, wir haben auch ein paar Mods drauf, ne? Schaut einfach in die Videobeschreibung rein. Ähm, da findet ihr dann die ganzen Mods. Und wir fahren jetzt einfach mal zum Hof. Dann erklärt uns der Poli so ein bisschen, was wir dort verbaut haben. Ich muss zuerst mal den Hof finden, war's, ne? Ja. Ah, guck mal hier, da vorne fährt grad der Zug, ne? Grüße geht auch aus an Felix. Felix, der kennt sich gut aus mit Zügen, hab ich gehört. Ja, das hab ich auch irgendwie so, es wurden so zwei, drei, zwei, drei, äh, Videos präsentiert von Felix, wo so in verschiedenen Positionen sich mit Zügen begegnen. Ja, ja, das ist auch, äh, auch sehr cool. Ja, wir haben hier auf jeden Fall ein paar Produktionen drauf. Ich glaub, ne Schokoladenfabrik, die Lichti haben wir hier, ne? Dann haben wir ne Molkerei, mein ich, hätten wir noch drauf. Genau. Und ne Mühle, glaub ich, und ne Schreiner, äh, nee, Sägewerk, das war schon hier. Aber wir können ja auch noch welche platzieren, das ist ja gar kein Thema. Gucken wir mal hier, ich glaub links, Brodi, ja. Ja, ich hab auch gemeint links. Ja, warum bringst du dann rechts? Ah ja, hab rechts geblinkt? Ja, du bringst immer noch rechts. In dem Fall hab ich mir falsche Tasten überlegt. Nämlich das Geile ist, wir haben uns vorher noch vorhin drüber unterhalten, vor der Aufnahme. Nämlich wir haben das Ganze jetzt am 16.12. aufgenommen. Also da, wo das Update rauskam, es hat komplett die ganzen Keybindings zerschossen. Sichert euch die immer, oder packt die mal wo ein bisschen beiseite. Denn, ähm, ja, es ist halt so, dass, äh, ja, die ansonsten immer wieder weg sind beim Update, ne? Das habt ihr genau wie ich, das heißt, die linke Taste für den rechten Blinker, das macht ja Sinn eigentlich. Ja, ja. Das war auch durchgesinn. Ja, ja. Ne, viele wussten es nicht, Brodi ist auch Linksträger. Deswegen, äh, blinkt der, blinkt der andersrum, als er drückt, ne? Äh, ihr seht schon, das geht auf jeden Fall lustig los. Zu unserem Hof und dann stellen wir mal unsere Fahrzeuge ab. Genau. Da fahren wir jetzt dann gerade bei unserem schönen Wohnhaus vorbei. Das heißt, keine Sorge, wir haben auch getrennte Schlafzimmer und so. Das auf jeden Fall. Und da vorne sieht man schon so die Weinreben, ne? Wein, äh, bitte, also die Traubenreben. Äh, das heißt... Nee, diesmal war richtig, Brodi. Ja, nein, jetzt, ja, zuerst war der falsch. Genau. So, ich würde sagen, wir stellen mal hier ab, ne? Auf... Ja, direkt nach vorne. Ach, das staubt ja aber. Hätte man jetzt auch mal kehren können vorher. Ja, tut mir leid, hallo. Äh, alles kannst du auch wieder nicht haben, weiß ich meine. So. Sehr schön. Dann machen wir eine schöne Rundführung hier. Ich kenne mich hier gar nicht aus, ich bin nur zu Gast. Also, du kennst dich hier gar nichts aus, du bist nur zum Gast. Da siehst du ja ganz unseren wunderschönen Waschplatz, wo du quasi deine Fahrzeuge beziehungsweise deine Geräte hier reparieren, beziehungsweise waschen kannst. Da siehst du ja einmal Kärcher ganz rechts, habe ich gesehen, steht da. Da vorne stehen noch ein paar Reparaturkisten. Nee, hier steht, hier steht Stiel. Also ist kein Kärcher. Das ist ja Kärcher, würde ich meinen. Ja, okay, gut. Hallo, ist Reiniger und so. Ja, ja, ist richtig. Ja. Dann hast du hier eine wunderschöne Tankstelle. Genau, richtig. Bevor wir zum Hof gehen würden, würde ich sagen, komm mal einmal rundherum. Damit ich dir präsentiere, was du den meistens am Abend, wenn wir den richtig fest gearbeitet haben, sich irgendwo einfach zur Ruhe setzen können und den geniessen können. Entweder ist der Ausblick hier über den Weinberg runter ins Tal. Oder auf diesem Berg oder wie auch immer, wachsen ganz, ganz schöne Trauben drauf und daraus werden wir den Saft produzieren. Ah, nice. Und diesen Traubensaft können wir dann nachher definitiv mal schön in aller Ruhe halt eine Runde sinken, würde ich meinen. Ja, würde ich sagen. Schauen wir mal kurz. So, da sieht man auch noch die Wetterstation, damit man auch die gute Vorhersage bekommt. Die hört man jetzt auch, ne? Komm mal hier ran. Ja, die macht auch noch Geräusche, ja. Das war vor dem Pestschnitt so. Ja. Finde ich gut. Also. So, weiter geht's. Gehen wir weiter. So, dann geht's hier bergrunter, beziehungsweise zu meinem kleinen Gartenhäuschen, wo man da platziert hat, wo da gewachsen, beziehungsweise hingestellt wurde. Und neben dem Gartenhäuschen, gerade nebenzu, sind bei Gewächshäusern, wo wir definitiv versorgen können, beziehungsweise sie werden nachher, nachdem sie versorgt worden sind, werden uns nachher mit Salat, mit Tomaten oder Erdbeeren beliefern. Da müssen wir mal gucken, was wir machen, weil man hat ja viele Möglichkeiten da, was man da einstellen kann. Genau. Cool. Also, wenn man jetzt Richtung die Straße läuft, muss man gar nicht zu der Straße kommen, sondern man kann hier seitlich hochlaufen. Da kommen wir zu unserem Güllebecken hin. Ah, nice. Okay. Das heißt, es ist ein zusätzliches Güllebecken, ne? Das ist ein zusätzliches Güllebecken. Sollte aber sehr wahrscheinlich nur bei den Kühen funktionieren. Vermute ich mal sehr wahrscheinlich, Schweine werden wir da nicht die Gülle bekommen von den Schweinen. Ja, müssen wir mal gucken. Das sollte auch reichen, ne? Genau. Und wenn wir jetzt ganz hoch gehen, dann kommen wir nachher zu unserem Mist-Siro. Ja. Und rechts davon wären dann Schweine. Ja. Ah, hier haben wir direkt für Gülle, ne? Genau. Genau, da haben wir eigentlich direkt für Gülle. Ich habe aber, Sandra ist ein bisschen mehr Platz als uns dabei, oder? Die Schweine sind hier in den Berg quasi eingebaut. Oh Gott, die kullern ja runter. Ja, nein, das ist gut. Das ist gut. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob wir immer noch Speedy-Schweine haben werden, wenn Sie freuen. Nein, das ist gepatcht mittlerweile. Ah, sind die leider raus. Die sind leider raus. Ich fand sie irgendwie schön. Ja, aber das Tolle finde ich bei den Hallen irgendwie, bei den Hörmann-Hallen, man kann ja alles öffnen hier, ne? Das ist richtig gut. Das ist wirklich, Hörmann-Hallen allgemein. Das heißt, egal welche Hallen, die du nimmst, die sehen auch richtig schön aus. Genau, hier ist der Trigger quasi für Futter, glaube ich, ne? Ja. Genau. Gut. Also, gehen wir aber zuerst auf die andere Seite. Das heißt, auf der anderen Seite hat man nochmal Kühe. Mhm. Die sind ganz am Anfang auch wieder in den Hang eingebaut. Ja, das ist ein kleiner Kuhstall, ne? Das ist der kleinste. Ja. Das ist der kleinste, reicht aber komplett eigentlich aus, für das, was wir brauchen. Ja, Milch hier, ne? Milchtrigger hier, beziehungsweise unsere Milchtanks hier. Hier siehst du, das heißt, auch unsere Kühe werden ganz sportlich gehalten. Das heißt, da ist nichts mit Flachlandlaufen und so. Dafür wird unsere schöne Milch, die hier produziert wird, beziehungsweise auch Käse, die hier produziert wird, richtig schön, schön, äh, kräuterig sein. Ja. Kräuterig, sagt man das so? Nein, Pronax. So, Sprachen lernen bei Pronax, ne? Das ist, das wird auch immer sehr lustig. Die werden kräuterig sein. Okay, das passt. Okay, gut. Das passt. Gut. Rechts, links davon haben wir den Unterstand, wo man schon kennt. Ja, ja, klar. Aus der Alpinen-Map raus. Äh, ein bisschen daneben dazu ist unser wunderschönes Silo, wo wir quasi eigentlich alles abtanken, abladen können, damit das geschützt ist. Und da sehe ich, ist ein Brunnen. Genau, das ist ja der von Umatana, ne? Genau, sieht auch richtig schön gemacht aus, der Brunnen, passt ganz gut dazu. Richtig, genau. Aus dem Wasserpack ist das. Das sind auch andere Sachen noch dabei. Es passt ganz gut hier zur Region, ist altbacken und ich denke, es passt ganz gut rein. Definitiv, definitiv. Wenn man denn, bevor man denn hochlaufen würde, sieht man ja da noch ganz am Rande unsere Honigproduktion beziehungsweise unsere Bienchen, schön im Grünen, zwischen Blumen und Bäumen, damit wirklich wunderschöner Honig entsteht. Und dann hat man auf dem Hof noch ein paar Unterstandhallen. Oh, die große Halle. Oh, da können wir Drescher reinfahren und so, ne? Da kann man definitiv vieles reinstellen. Ja, ja, klar. Wenn keine Geräte unterwegs sind, da kann man wirklich vieles reinstellen. Hier ist dann noch die Scheune. Ja. Durch die Scheune führt eigentlich auch quasi, das heisst, die Trendhälfte vom Hof zu der anderen Hälfte. Das heisst, Fahrt geht unter der Scheune durch. Ja, ja. Oder durch diese quasi Durchfahrt und nachher kommst du zum zweiten Teil vom Hof, wo noch zwei Unterstände platziert sind. Einmal ohne, einfach normaler Unterstand ohne Tore und dann wäre quasi noch wie ein Garagentor oder beziehungsweise Garagenhalle für die Traktoren oder halt. Guck mal mal, oder für große Anbaugeräte oder was, ne? Oder halte Anbaugeräte. Aber das Geile ist ja auch, man kann ja hier auch Licht anmachen, ne? Also Licht geht, glaube ich, hier, ne? Guck mal, das ist ja auch geil. Genau. Das kannst du in jeder Halle tun. Man hat zum Beispiel auch für Schneidewerke, zum Beispiel auch bei der ganz großen Halle, hast du ein richtig schönes Unterdach. Ja. Wo du gewisse Geräte auch direkt hier unten schon beim Vortrag stellen kannst. Ja, oder ein Kipper, ne? Je nachdem, damit er nicht mit Wasser verläuft, ne? Ja. Und wenn man jetzt direkt am Anfang wieder angelangt sind vom Hof, dann sieht man eigentlich links davon oder rechts davon, je nachdem wie man steht, unsere Hühner. Ja, ja. Wo halt Platz haben werden. Auch schön schattig, das Ganze. Ich glaube, das ist auch das Erste, was wir, glaube ich, machen werden, Hühner, weil wir haben Gerste halt auch gefiltern, ne? Ja, finanziell wird das relativ, sagen wir mal, eine Sache sein, wo sich, wo unser kleines Budget aktuell nicht so stark belastet, oder? Ja, wir werden auch Aufträge machen zwischendurch, das heißt, wir werden auch gucken, dass wir das immer wieder ausgleichen. Hier haben wir noch ein Silo, da ist auf jeden Fall auch gefixt, ne? Das heißt, hier... Ja, man kann jetzt wieder Silo-Silage machen, ohne dass es irgendwie nicht zu entnehmen wäre, das heißt, man sieht da von unserer großen Wiese direkt auf dem Hof runter. Ja. Oder halt so ein Silo hoch und ganz rechts außen sind dennoch die Schafe. Aber die Schafe auch sehr lukrativ, ne? Weil wenn du das zu Stoff verarbeitest und dann zu Kleidung, das ist auf jeden Fall ein sehr lukratives Geschäft, ne? Und das ist das Schöne jetzt am LS22. Du kannst wirklich vieles machen und du sagst, ich mache bis dahin und nicht weiter, oder? Ja, ja, klar. Das ist auf jeden Fall schon mal einiges, was man da machen kann. Du kannst Sachen erweitern, es sind viele coole Sachen mit dabei. Man hat Jahreszeit mit dabei, man hat verschiedene Produktionszweige mit dabei. Man hat einen Helfer mit dabei, der auch noch ein bisschen verbessert wurde. Geile Sounds hat man dabei, neue Fahrzeuge, neue Geräte. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig viel, was wir da heute auf jeden Fall machen können. Und ich finde, die Karte auf jeden Fall idyllisch, lädt ein für jede Menge kleine Gerätschaften eher. Und ich sage mal, große Geräte kann ja jeder. Dafür gibt es auch eher so die Endcreek, würde ich sagen. Und ansonsten haben wir dann noch die Obelero-Map, die ja auch sehr schön und stylisch gehalten ist. Die ist ja auch nicht verkehrt, ne? Genau, genau. Ja, dann werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall schauen, dementsprechend, dass wir in der nächsten Folge, ähm, ja, quasi loslegen. Das soll es erstmal so vorab gewesen sein. Kurzer Überblick, ne, wie es losgeht. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Gerne bei mir und beim ProDAX, ne, vorbeischauen, Däumchen anlassen, Kommentar schreiben. Und dann sage ich mal, bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, ciao. Tschüss. Bye, bye.